Hi Freunde, ich bin hier gerade in Heyday und ich habe ein echtes Problem. Und zwar, ihr seht es ja hier, die Kirschbäume sind alle total cool, bringen echt gut Ertrag. Aber meine Apfelbäume, die sind grau geworden, bringen keinen Ertrag mehr. Jetzt meine Frage an euch, was muss ich tun, damit die wieder einen Ertrag bringen? Was habe ich falsch gemacht oder was muss ich tun? Bitte schreibt mir Kommentare auf YouTube und auf TikTok, ich wäre euch echt dankbar. Dankeschön!